Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, da wollen wir mal schauen, wie wir hier weiter aufdecken, was wir hier weiter aufdecken, ob wir noch ein paar Planeten finden, die wir kolonisieren können. Das würde mir sehr gefallen. Hier im Zentrum ist ja nichts. Wir müssen also gucken, ob wir hier noch was finden. Denn, ja, ich sag mal so, in die anderen beiden Richtungen, nach Norden und hier nach Westen, sind wir nämlich leider, ja, schon an die Grenzen gestoßen. Hier kommen wir nirgendwo weiter raus. Da müssten wir schon hier durch das Reich dieser sehr unfreundlichen Genossen der Norani Bloodletters fliegen. Und das, ja, das kann nur geschehen, indem wir einen Krieg führen, denn die Leute sind auf jeden Fall sehr, oh, sehr, sehr... Äh, ich muss noch kurz auf Pause gehen. Hier ist gerade ein Schiff in unseren Raum eingeflogen. Was ja... Achso. Was ja eigentlich nicht sein kann. Aber das sind diese... Äh, ja, was sind das hier? Alienbedrohungen. Wo kommen die denn her? Ach, das sind die mit dem Spezialprojekt. Kann das sein? Nein. Wie ist das? Wir müssen diese Aliens über ein Spezialprojekt studieren. Aber es gibt kein Spezialprojekt. Oder sag bloß, dass das die Irassianer sind. Das wäre natürlich gar nicht witzig. Weil da haben wir nämlich noch kein einziges Artefakt. Wie kriegen wir das denn raus? Muss ich jetzt unsere Militärflotte da hinfliegen? Aber das ist... Wir haben hier eine total schlechte Fluganbindung eigentlich, ne? Weil wir müssen immer hier über Kresim oder über Madom, um irgendwo hinzukommen. Aber nützt ja nichts. Warte mal, 647 ist unsere Stärke. Hier wissen wir nichts. Aber es sind viele Schiffe. Sollen wir erstmal warten, wo die hinfliegen? Also, eingehende Übertragung. Okay, vielleicht sind die das, ja? Der numistische Orden. Firmenchef Ghanak Tvisala. Menschen, eine göttliche Fügung hat uns und die vielen wundersamen Dinge, die wir mit uns führen, in eure Ländereien gebracht. Wir sind der numismatische Orden. Numismatische Orden. Und unsere Angebote wurden von der Glücksgöttin selbst gemacht. Oh mein Gott. Äh, Grüße, Reisende. Wenn Credits die Hände wechselt, lächelt Numa. Zeigt uns eure Waren. So, was haben die denn da anzubieten? Muster im Energiefluss? Sie sind überall. Doch niemand sieht sie. Numa allein kann die göttliche Ebbe und Flut des Aktienmarkts vorhersagen. Für eine kleine Spende teilen wir etwas von ihrer Weisheit mit euch. Wenn ihr nach etwas Zeit zum Nachdenken braucht, könnt ihr euch wie sonst auch benachteiligen. Können wir euch wie sonst auch benachrichtigen. Ach meine Güte, also heute lese ich wirklich nicht gut, aber es ist auch so klein geschrieben hier auf meinem Bildschirm. Bevor wir euer Territorium verlassen und euch eine weitere Chance geben, um das großzügige Angebot der Göttin anzunehmen. Also ich brauche dringend mal eine neue Brille, wie es aussieht. Ähm, ja. Ja, was müssten wir denn machen? 3.500 Credits. Die haben wir locker mal nicht. Und, ähm, numistische Datenmodellierung. Hört sich interessant an, aber wir sind nicht interessiert. Wir haben überhaupt kein Geld. Keine Chance. Sind die das? Ja, das sind die gewesen. Okay, nun müsste ich ja... Alles klar, da bin ich ja beruhigt. Die Militärmacht hier ist 4.000. Da halten wir mal locker nicht mit, mit unseren 647. Aber, gut, dass ich gerade mal drauf komme. Wir können nämlich direkt hier... In Sol mal neue Schiffe in Auftrag geben. Drei Stück gehen. Machen wir das mal. Ja, und dann lassen wir die Zeit weiterlaufen. Wie gesagt, ich hoffe auf weitere bewohnbare Planeten, aber es sieht momentan schlecht aus. Ähm, dieses System wird gerade erkundet. Dieses hier und Jilis. Die Konstruktionsschiffe haben noch zu tun. Was machst du denn hier? Ah, du baust bestimmt Bergbaustation. Ja. Bergbaustation wird gebaut. Ist in Bewegung. Ne? Da fliegt es schon hin und baut hier eine Bergbaustation, damit wir hier die Energiecredits abholen können. Wir haben eine neue Kolonie gegründet. Jawohl. Wir haben eine Anomalie entdeckt. Äh, 136, das erforsche ich mal. Und jetzt muss ich mal kurz pausieren. Also, das ist die Kolonie. Hovots Sekundus, jetzt fertiggestellt. Jetzt müssen wir schauen, was wir da bauen. Ja, wir können im Moment gar nichts bauen. Wir müssen erstmal warten, bis wir fünf Bewohner bekommen. Also werden wir diese Kolonie erstmal so ihrem Schicksal überlassen. Dann hat Wissenschaftler Niang eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Und eine Anomalie gefunden, die erforschen wir gerade. Sehr schön. Gut, dann können wir weitermachen. Ja, hier wird jetzt die Station gebaut. Da entsteht sie. Wobei, da entsteht sie. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Schatten, ne? Oder ist das jetzt meine Station? Ja, das ist die Station. Noch eine Anomalie entdeckt. Noch eine Anomalie. Die erforschen wir auch. Und jetzt mal schauen. Als die Coalition Base für einen kurzen Höflichkeitsbesuch in den Orbit von Erde eintrat, verwandelte sie sich wohlwollen in eine spontane Kombination aus Open Air, Markt und Party. Was zur Hölle ist denn das für eine Übersetzung? Viele Bindungen wurden zwischen Mensch und Seveli geschmiedet und es wurde viel gehandelt. Ey Leute, das geht doch gar nicht. Was? Wir kriegen tausend Energiecredits. Na, da habe ich jetzt aber nichts gegen. Wo kommen die jetzt her von irgendeiner... Was für einer Party? Von diesen hier? Weil die hier zu uns gekommen sind? Haben sie uns tausend Credits geschenkt? Irgendeine Party ist gestartet? Ich habe es nicht richtig verstanden, Leute. Wer soll denn solche Texte verstehen? So, die Anomalie erkunden wir. Die Erde hat die Raumschiffe fertig. Das heißt, unsere Flotte ist wieder ein bisschen stärker geworden. 20 Schiffe sind da jetzt drin. Jetzt müsste man gleich nochmal in den Flottenmanager. Komme ich da von hier rein? Schau mal nicht. Wo ist denn mein Flottenmanager nochmal? Da. Und da sind jetzt 20 Schiffe drin von 28. Also irgendwie packt der da immer irgendwie noch Acht drauf. Das verstehe ich nicht so recht. Oder ist das die Verstärkungsrate? Ein paar Pop-Ups werden hier nützlich. Aber kommt nichts. Naja, da kommt was. Müssen wir eigentlich das Ding mal umrüsten? Ja, tatsächlich. Weil einige Schiffe sind veraltet. Stopp. Das können wir sehen, wenn wir uns die Flotte mal ansehen. Wo ist die Flotte? Ich möchte gerne mal zur Flotte. Gibt es hier keinen Button, um mal zur Flotte zu gehen? Da. Ne, das ist das Vorlagendetail. Ne, super, ne? Müssen wir hier machen. Ähm. Ja, die sind alle Nautilus-Klasse. Aber einige haben halt ein älteres Design scheinbar. Weil sonst müsste es jetzt nicht abgedatet werden. Ich kann es euch gerade nicht zeigen. Überlichteinschlag. Ein gewaltiger Krater auf Maya 4 scheint von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass ein Schiff, das aus dem Hyperraum gesprungen ist, den Planeten aus unbekannten Gründen vor ungefähr 10.000 Jahren gerammt hat. Die ISS Wanderer hat in der Nähe der Absturzstelle Reste von Hyperraum-Echos erfasst, die einem kollabierten Hyperraumfeld entsprechen. Da das Schiff aber beim Einschlag pulverisiert wurde, kann diese Theorie nicht verifiziert werden. Bemerkenswert. Ein paar Punkte für unsere Physikforschung. So, und die Werkbuchstation ist fertig. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Das ist auch schön. Dann lasst uns erst das Forschungsschiff weiterschicken. Hierher. Und dann das Konstruktionsschiff. Hier können wir nichts machen. Also hier lässt sich für uns nichts bauen. Das ist das Problem. Deswegen, äh, aber hier könnte man auch was machen. Aber das System ist nicht in unserem Bereich. Da müssen wir erst eine Sternenbasis machen. Aber ganz ehrlich, das mache ich natürlich. Denn da sind so viele seltene Dinge. Flüchtige Teilchen und so. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil die sich ja hier auch ausbreiten. Ich hoffe, dass wir da rechtzeitig kommen. Ja, hier sind zwar Energiecredits. Aber da können die dann eh nicht mehr einfliegen. Können sie jetzt schon nicht mehr, weil wir hier eben blockieren. Und dieses Konstruktionsschiff baut noch in Tschertan gerade eine Forschungsstation. Und danach ist noch ein weiteres Ding, nämlich noch eine Forschungsstation. Gut. Okay. Also das Spiel, äh, zeigt schon relativ viele Informationen an, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Was nicht immer leicht ist. Da, wenn ich hier aufnehme und erzähle, ich auch natürlich nicht immer alles lese, sondern... Nur überfliegen. Ach ja, ich habe ganz vergessen, euch was Wichtiges zu sagen. Ihr habt das aber wahrscheinlich jetzt eh schon gehört, ne? Die Beraterstimme hat sich geändert. Das ist eine deutsche Beraterstimme. Das ist eine Motta aus dem Workshop. Das ist Nina German Advisor oder wie die genau heißt. Schreibe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Könnt ihr im Steam Workshop finden. Da habe ich sie zumindest reingeladen. Und ja, ein weiblicher Berater ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Die englischen Berater, die immer so reinquatschen, das stört. Aber hier, wenn noch eine zweite deutsche Stimme reinquatscht, also neben mir, dann finde ich das irgendwie besser und sinnvoller. Könnt ihr wahrscheinlich dann auch mehr mit anfangen. So, gigantisches Skelett. Bei der vermeintlichen Bergregion in der südlichen Hemisphäre von Pharis IIb handelt es sich in Wirklichkeit um die gewaltigen skelettierten Überreste einer einzelnen kolossalen Alien-Lebensform. Die Knochen sind drei bis vier Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass Pharis IIb zu irgendeinem Punkt in der Geschichte des Mondes Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen ist. Wissenschaftsoffizier Niyang hat ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet, um diesem Mysterium auf dem Grund zu gehen. Ja, das müssen wir dann auch machen. Neuer Eintrag im Situationsprotokoll. Würde ich tatsächlich gerne sofort machen. Können wir über das Situationsprotokoll machen? Ach nee, können wir nicht. Okay, Moment, wo ist denn... Hier ist es. Nee, da ist das Schiff. Wo ist denn das jetzt? Ein Pharis war es. So. Würde ich gerne zuerst machen, dieses Forschungsprojekt. Wieso? Jetzt. So, mal Projekte forschen. Und die ISS Wunderer hat auch nichts mehr zu tun. Die fliegt weiter hier hin. Und erkundet das System. Kurz gucken, ob das Konstruktionsschiff schon angekommen ist. Nee, noch nicht. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich glaube, ich würde zur Not sogar militärische Unterstützung schicken, wenn jetzt hier schon ein Bau zum Beispiel im Gang wäre, was wir nicht sehen im Moment. Denn dieses System hat, wie gesagt, diese seltenen Teil. Flüchtige Teilchen sind hier, seltene Kristalle. Handelswert hat es auch. Und halt noch zwei Physikforschungen. Die sollen wir uns schon nicht entgehen lassen. Finde ich. Ja, wir sind immer noch stark im Minus. Und bald erreichen unsere Mineralien hier den Nullpunkt. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Im E-Zündsystem sind wir auf unbekannte Alien-Schiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren können, werden wir diese merkwürdigen Flugobjekte als Thetaminets kennen. Ich habe den Satz heimlich umgebaut. Thetaminets. Die werden wir mal direkt erforschen. Thetaminets. Wenn ich das mache, dann stoppt hier die entsprechende Forschung in dem Bereich. Das ist aber nicht so schlimm. Das sind jetzt nur 500 Pünktchen. Das geht 19 Monate. Das geht ratzfatz. 19 Monate. Ja, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Aber wir machen das trotzdem. So, Bauvorhaben ist abgeschlossen. Das heißt, wir können dieses Schiff weiterschicken. Jetzt gucken wir mal, wo wir noch möglichst Energie-Credits bekommen. Das wäre hier. Aber da haben wir keine Sternenbasis. Die müssten wir also erst bauen. Und dann schlage ich mal vor. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Haben wir noch was Besseres? Hier, ne? Das System ist natürlich fantastisch. Ja, bitte erforschen die Anomalie. Hier, Ximpok. Sieben Mineralien, zwei Kristalle. Also hier ist generell viel an Kristallen. Deswegen schicke ich das Konstruktionsschiff jetzt hierher. Und wir holen uns zunächst einmal dieses System hier, ob Null. Und dann werden wir uns hierhin weiter ausbreiten. Bis mindestens hier, weil hier ist auch noch gut. Und dann weiß ich nicht, wie weit wir da noch raus wollen. Aber das hier, die, die holen wir uns auf jeden Fall. Da stecken so viele Mineralien drin. Auch dieses System ist super schön. Handelswert. Ja, kann man machen. So, Forschung ist abgeschlossen. Wir haben, was haben wir abgeschlossen? Die automatisierten Erkundungsprotokolle. Ah, jetzt ist die Erkundungsgeschwindigkeit höher. 25 Prozent. Und automatische Erkundung ist aktiv. Jetzt können wir unsere Schiffe nämlich selber, oder automatisiert besser gesagt, herumschicken. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Aber, jetzt erforschen wir erstmal was Neues. Und zwar entweder Fusionsenergie oder 0G-Labore oder Verwaltungs-KI für noch mehr Forschungsgeschwindigkeit. Fünf Prozent. Hier produzieren die Forschungsstationen mehr. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Und der Fusionsreaktor, ja, mehr Energie für unsere Schiffe, ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Schaltet dann außerdem weitere Fortschritte in verschiedenen Feldern frei. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Was nehmen wir denn da bloß? Ja, hier können wir das jetzt auch sehen, ne? Was ich vorhin sagte, die Sozialforschung, die steht jetzt halt, weil momentan das Spezialprojekt Teta Menees, das sind diese Außerirdischen, zu denen wir noch keinen Kontakt haben, untersucht werden, sodass wir mit denen Kontakt aufnehmen können. Ich bin dafür, dass wir zunächst einmal den Fusionsreaktor erforschen, um auch ein bisschen an unsere Flotten und Schiffe zu denken. Da müssen wir nämlich aufpassen, dass die nicht zu schwach werden oder ins Hintertreffen geraten. Uralte Erkundungsmarkierung. Auf der Oberfläche von Duwix 3a wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier ist, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie hier an. Plus 4 auf Duwix. Wo ist denn Duwix gerade? Wo ist denn das Schiff? Hier unten. Uh, das ist natürlich... Wir können uns auch gerne noch diesen ganzen Zweig holen. Ein Spezialprojekt wurde abgeschlossen. So, wir haben die skelettierten Überreste, die auf Phagis 2b gefunden wurden, eingehend studiert. Wissenschaftsoffizier Niyang hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kreatur als eine Art organisches Raumschiff fungiert hat. In dem großen Skelett wurden deutlich kleinere Knochen von mindestens drei verschiedenen Spezies gefunden. Wir nehmen an, dass sie von Besatzungsmitgliedern stammen. Dieses organische Raumschiff hat aus unbekannten Gründen katastrophale Schäden erlitten und ist auf Phagis 2b abgestürzt. Wir haben zwar keine Hoffnung, die zum Aufziehen eines solchen Raumschiffs notwendige Biotechnologie zu verstehen, doch allein das Studium dieser Knochen hat unser Wissen deutlich vorangebracht. So, Phagis 3b kriegt erstmal plus drei Sozialforschung, plus drei Ingenieurforschung und Niyang hat 200, bekommt 200 Erfahrungen dazu. Ja. Und dann können wir weiterfliegen. Und zwar... hier hin. Ich könnte jetzt hier das automatische Erkunden einschalten. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich das hier... Das ist dieses Ding. Und dann fliegt das Schiff hier automatisch rum. Und wisst ihr was? Ich mach das mal. Ich mach das mal an. Oh, schaut mal hier. Die weiten sich auch aus. Konstruktion abgeschlossen. Was ist fertig? Die Station im System Saasen. Oh, sehr schön. Das ist gut. Dann haben wir jetzt hier eine feste Grenze. Dann nehmen wir uns... P ja auch. Ne, nehmen wir uns nicht dazu. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Stationen hier. Und zwar... Die Forschungsstation. Ja, wir haben... Ja, die Energiekristalle. Wir brauchen dringend mehr. Wir müssen nochmal zum Markt und nochmal ein paar Energiekristalle kaufen. Ich kauf nochmal... 500 zunächst. Ja, wir haben natürlich auch extrem viel Energiecredits ausgegeben für die ganzen Stationen, die wir gebaut haben. Aber ich halte das... für richtig, dass wir das getan haben. Okay, lassen wir mal auch schnell weiterlaufen. Also dieses Schiff erkundet jetzt automatisch. Erkundung von Fages. Wie, war Fages noch nicht fertig? Ach nee, wir haben das Spezialprojekt hier zunächst abgeschlossen. Okay, nee, dann passt das ja. Ich werde auch dieses Schiff auf Automatik stellen. Und das dritte... Ebenfalls. So. Dann müssen wir uns um die drei Schuhen nicht mehr kümmern. Fages ist jetzt erkundet und jetzt fliegt das Schiff hier automatisch weiter nach Unbekannt. Also genau in die Richtung, die hier auch geflogen wäre. Das macht auch Sinn. Und dieses Schiff wird hier in eine dieser Richtungen fliegen. So, hier ist eine weitere Forschungsstation fertig. Rivalität. So, jetzt müssen wir mal kurz pausieren. Ah, das ist... Oh, das ist gar nicht schlecht. Das gefällt mir sehr gut. Denn die beiden an uns angrenzenden Reiche haben sich gegenseitig zu Rivalen erklärt. Also die Sejatari Trade Association und das galaktische Chaskaranische Imperium haben jetzt... Ja, eine Rivalität. Für uns gut. Denn, äh... Ja, oder auch nicht, weil die müssen hier auf jeden Fall durchfliegen. Vielleicht werden wir zwischen den beiden auch zermahlen. Auf jeden Fall, ähm... Ach nein, Entschuldigung. Das sind ja gar nicht die Norani Bloodletters. Das sind diese beiden hier. Ja gut, okay. Aber wenn die beiden sich dellen, ist mir das auch lieber, als wenn wir uns hier dellen oder wir uns dort. Also die beiden hier, die sind jetzt Rivalen. Das ist für mich okay. Wir müssen trotzdem, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zurückfallen. Wir sind ja, was die Macht angeht, generell schon nicht, äh, so ganz super drauf. Wobei, es hat sich verbessert. Wir sind jetzt auch diesen hier gegenüber Ebenbürte. Unsere Flottenstärke ist aber immer noch leicht unterliegen. Ähm, und hier immer noch überwältigend. Ich will gar nicht wissen, was die für eine Flotte haben und wieso die so gut ist. Wieso, wieso haben die so eine enorme, enorme Flottenstärke? Da komme ich nicht drauf klar. Da komme ich nicht drauf klar. Na gut. So, das Konstruktionsschiff fliegt noch weiter nach Obnoll. Hier ist auch noch ein Spezialprojekt. Äh, an dir, das ist die Schiffswerf, die wir hier reparieren können. Das könnten wir eigentlich zuerst machen. Weil uns hier nichts anderes entgegenkommt, sind wir hier relativ sicher, was die Inanspruchnahme dieser Gebiete angeht. Es nähert sich von keiner Seite bisher irgendjemand und hier kann halt eben auch keiner kommen. Aber möglicherweise sind die hier noch verbunden, weil hier geht eine Linie hierher und da geht eine Linie dahin. Also kann es durchaus sein, dass hier auch noch eine Linie zwischen ist. Und deswegen müssen wir schon gucken, dass wir hier am besten oder hier schon dicht machen wieder. Nur das ist natürlich eine Riesenausdehnung, die wir dann hier haben. Und da ist nichts dazwischen, was wir sinnvoll für Kolonisierung nutzen können. Also nicht nur wenig sinnvoll, also gar nichts ist da. Das ist ein Problem. Und wir müssen dringend unsere, ja, unsere Einkommen hier wieder in den Griff bekommen. Da weiß ich noch nicht, wie wir das machen sollen. Was haben wir denn hier eigentlich? Die Rivalität, das ist die Forschungsstation und da ist das Phagesystem erkundet. Okay. So. Wieso hat dieses Schiff da nichts zu tun? Ah ja, genau. Rivalität. Ah, okay. Das ist jetzt die umgekehrte Erklärung. Also erst haben die einen den anderen und jetzt erklären die anderen sich ebenfalls zum Rivalen der anderen. Also das ist nur die Gegenseitigkeit, die jetzt quasi hergestellt wurde. Hier haben wir nochmal fünf Ingenieurforschung. Da nochmal eine Station bauen. Forschung ist immer gut. Und hier können wir eh noch nichts anderes machen. Wir werden hier noch eine Station bauen. Die Energiecredits nehmen wir noch mit. Die werden wir auch noch bauen. Aber wie gesagt, mit den Mineralien müssen wir gerade ein bisschen aufpassen. Wenn wir auf irgendeiner Welt wieder Zuwachs haben hier. 35, das ist bald soweit. Wir können nochmal bei Bevölkerung gucken. Hier das Wachstum wird hier angezeigt. Und in Moment, wann genau? Ja, wir sind auf jeden Fall bei 72,5 von 100 und wir kriegen pro Monat 0,49 dazu. Das ist natürlich ziemlich wenig. Aber bald haben wir hier eine 35. Bevölkerungseinheit und dann können wir noch ein weiteres Gebäude bauen. Und vielleicht nehmen wir dann mal was für Mineralien oder für Energiecredits. Sicherlich auch nicht verkehrt. Wir könnten generell mal schauen. Wir haben jetzt sehr viele Konsumgüter. Das ist ja die Zivilindustrie. Wer wird das ersetzen durch Energienetz? Techniker produzieren Energie. Das wäre glaube ich schon mal nicht schlecht. Oder wir bauen nochmal so eine Legierungsgießerei. Die aus Mineralien, die machen Legierungen. Moment, wo kriegen wir denn nochmal Mineralien her? Kriegen wir die nur von Systemen? Ressourcen-Silos? Bollwerk? Ne, die erhöhen nur das für Soldaten. Ja, wir müssen das Energienetz eigentlich bauen. Ich ersetze das hier mal durch Energienetz. Kostet, was hat das jetzt gekostet? 200 Mineralien nochmal. Aber dafür kriegen wir halt hier vielleicht das hier wieder ins Positive. Gut, hier wird viel Energie produziert. Das ist natürlich jetzt nicht so super viel. Und dafür halt weniger Konsumgüter. Davon haben wir aber viel zu viel. Also viel zu viel. Schade, dass wir keine... Ja gut, wir können Konsumgüter verkaufen für Credits. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Und dann können wir Mineralien kaufen. Zack. Also so hin und her schieben, das geht schon. Machen wir aber natürlich immer ein bisschen Verlust. Hier ist Marktsteuer 30%. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und da gibt es auch monatliche Handel. Was ist das denn? Oh cool. Das ist auch nicht schlecht. Aber das lassen wir auch sein. Erstmal versuche ich das noch so von Hand so ein bisschen auszutarieren. Systemerkundet. Das Duvix-System ist erkundet. Ja, wie gesagt, die vier Mineralien und vier Handelswert und das Schiff fliegt weiter, ist schon nach Taram geflogen. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Ja, Farge ist ebenfalls fertig und jetzt wird erkundet Dearum. Also die automatische Erkundung hervorragend. Das ist wirklich ganz toll. Oh, schauen wir mal hier. Wir haben hier tatsächlich einen Planeten. Okay, also wir haben zwei Meldungen, deswegen drei sogar. Jetzt müssen wir schauen. Also neue strategische Ressource auf Toropia 9 im Territorium von... Das versuche ich nicht mal auszusprechen. Also irgendein Reich hat irgendeine strategische Ressource gefunden oder gefunden oder beziehungsweise wir werden gerade angesprochen hier. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzt haben, konnten wir Kontakt mit den Herstellen. Diplomatischen Kanäle sind offen. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Also das ist eine Wahlmonarchie, hegemonische Imperialisten, die fanatisch, autoritär und militaristisch sind. Ich vertrete das sowieso Kindem und man hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln, solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet und unseren großartigen Einführer verehrt, Hochkönig Lob Cabanaca oder Cabanaca, sehe ich keinen Grund dafür, weshalb sich unsere Beziehungen verschlechtern sollten. Oh mein Gott, wir haben das erste Mal jemanden gefunden, der uns nicht gleich ans Leder will scheinbar oder uns zumindest nicht übermäßig unfreundlich begrüßt. Durch unsere xenophobische Art haben wir immer nur ganz fiese Antworten, finde ich. Wir nehmen das hier, eure Art, wir in unsere Einigkeit nicht bedrohen. Ich möchte es mir nicht mit allen verscherzen. Ich habe zwar xenophob gewählt, weil ich das irgendwie realistisch fand, aber ich glaube, ich bin nicht so wirklich glücklich damit. Außerdem haben wir natürlich das Wurmloch gefunden. Am Rand des Hiermit-Systems scheint, wir haben am Rand des Hiermit-Systems scheinbar ein natürlich auftretendes Subraumphänomen entdeckt, ein Riss in der Raumzeitstruktur, der auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Subraum mit einem anderen Wurmloch an anderer Stelle verbunden sein könnte. Je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen Binnentagen ermöglichen. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch, wie die große Mehrheit seiner Art von Natur aus instabil, jegliche Schiffe, die dumm genug wären, hindurch zu fliegen, würden in Sekundenstelle zerrissen werden. Wenn es doch nur stabilisiert werden könnte. Ja, so, jetzt mal im Stopp. Hier haben die nämlich eine Station gebaut, nee, die haben sogar kolonisiert diese Wüstenwelt, die können da offensichtlich gut drauf leben. Ja, und deswegen sind die jetzt ja auch direkt an der Grenze mit ihren Planeten. Das finde ich gar nicht so witzig. Ja, dann sind hier, nee, das sind Yankees, Space Whales, da ist das andere Reich. Und oh mein Gott, was für ein Reich. Die haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Planeten, also sechs Systeme kolonisiert. Das ist schon Holla die Waldfee. Und wir haben hier nichts zu kolonisieren. Haben wir einfach nur Pech? Was ist da passiert? So, und wo ist die strategische Ressource hier? Da? Und die ist wo? Ah ja, da ist diese seltene Ressource. Die ist für uns völlig unerreichbar. aber wir haben auf jeden Fall eine neue Grenze. Das heißt, wir müssen ja, diese beiden oder diese beiden Systeme dringend mit Stationen ausstatten. ist denn dieses Spezialprojekt fertig? Nein, ist nicht fertig. Das ist ja die Schiffswerft, da fangen die gerade mal mit an. Okay. So, da ist noch ein weiteres Erkundungsschiff her, von diesem Königreich hier. Kopin, ich versuche es jetzt mal. Kopinjaxi, 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 ja, Grenzen geschlossen. Diplomatische Nachricht, ja, die haben die Grenze geschlossen. Ja, ein bisschen schneller gewesen wären. Hätten wir hier schon zumachen können, vielleicht. Wenn wir das gewusst hätten. Naja, gut, okay, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, wie wir da rauskommen. Und ja, hier kann natürlich auch noch was kommen. Oh ja, schaut mal. Hier ist die, was? Die Caravanserie Caravan Koalition. Ja, also müssen wir gucken, dass wir hier auch irgendwie zu kriegen. Und wir brauchen mehr Schiffe. Und wir brauchen alles mehr. Wir brauchen erforschen. Wo ist unsere Schiffswerft? Direkt mal vier weitere Korvetten in Auftrag geben. Die natürlich auch Unterhalt kosten. Keine Frage, dass das auch ein Grund dafür ist, warum wir hier so schlecht dastehen. Was kostet die denn überhaupt an Unterhalt? So, die Schiffswerft ist repariert. Einrichtung setzt ihre unterbrochene Baureihe umgehend fort und produziert mit den zur Verfügung stehenden Materialien drei fortschrittliche Jäger uns unbekannter Bauart. Leider brach die alte Schiffswerft danach komplett zusammen und wurde als irreparabel bewertet. Wir haben die neuen Schiffe bemannt und in unsere Flotte übernommen. Hervorragend. Yay. New Ships. Drei Schiffe mit einer Militärstärke von 209. Das ist doch schon mal ganz nett. Und was ist das hier? Was ist das denn für ein Schiff hier? Das ist eine Korvette der Nautilus Klasse. Das ist die R44 Klasse. Ach ist jetzt die zweite Flotte aufgemacht worden. Offensichtlich ist 20 das Maximum kann das sein. Ah Befehlslimit alles klar. Also unser Befehlslimit ist 20 und deswegen können wir derzeit nur 20 Schiffe hier oder 20 Korvetten nehmen weil offensichtlich jede Korvette das Befehlslimit von einen hat. Okay dann würde ich sagen fliegen wir die New Ships erstmal hierher und die beiden werden sich dann zusammenschließen das können wir eigentlich jetzt schon machen Moment welches war nochmal der Merch Button zusammenfassen da ist es doch so und wie gesagt da möchte ich sie haben das hat nicht geklappt mit dem zusammenfassen wo ist denn jetzt das einzelne Schiff das ist noch hier Strikeforce Dragon wieso wird die hier nicht mehr angezeigt ah wahrscheinlich legt die sich erst zusammen wenn die andere Flotte da angekommen ist okay gut dann müssen wir damit warten und wir haben das Konstruktionsschiff frei und wir werden jetzt wir werden auf jeden Fall hier schon mal eine Sternenbasis errichten und dann halt hier den Zweig runter uns zu sichern und eigentlich müssten wir auch weiter vorpreschen aber ich mache jetzt erstmal hier weil sonst ist das so weit weg dass es zu teuer wird und das muss ja auch nicht sein okay Leute das ist denke ich der Zeitpunkt um die Folge hier zu beenden ich bedanke euch fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen es passiert ja jede Menge momentan wir haben auf jeden Fall neues Reich gefunden zwei Rivalen haben sich gefunden wir kämpfen um Planeten und auch um Territorium und wir sind sowieso um Singles mehr oder weniger von Reichen die uns nicht freundlich gegenüberstehen das sind die Chaskarana und hier die Norani ich hoffe dass wir da eine Lösung finden wahrscheinlich in militärischer Form dass wir wir müssten dann mal schauen was die so für Planeten haben ob wir da irgendwas von übernehmen können aber das sehen wir alles in den weiteren Folgen ich bedanke mich wie gesagt und wünsche euch noch ein paar schöne Tage euer Dr. Wolfserz Ciao